Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Polizei ist mehr oder weniger untätig, zumindest macht es nicht so den Eindruck, als wenn die Polizei da wirklich alles tun würde, um die Tochter von der Mary wieder zu finden. Und ja, somit geht sie sich eigentlich selber so ein bisschen in die Offensive und versucht auf eigene Faust auch Druck auszuüben auf die Polizei, damit sie da wirklich Gas geben. Und im Zuge dieser Nachforschungen stellt sich heraus, dass die Shannon, so heißt ihr Tochter, nicht die einzige ist, die an diesem Ort und in dieser Umgebung verschwunden ist. Sondern, dass sie sich ihr Schicksal teilt mit einigen Mädels, die sich selber in einem mehr oder weniger Prostituiertenring befunden haben oder sich besser gesagt selber über Craigslist als Prostituierte verkauft haben. Und somit wertet es natürlich, das ist ein Serienkillerfall im Grunde. So, der Film ist natürlich irgendwo vergleichsweise zumindest thematisch relativ ähnlich gelagert wie Zodiac. Der Film von David Fincher. Und man kommt gar nicht aus, als wenn man da teilweise Parallelen zieht. Das ist halt einfach so. Was zu dem Film zu sagen wäre, ist, der hat ein sehr interessantes Setting. Der hat auch eine sehr interessante erzählerische Perspektive. Er macht nämlich eigentlich kein semidokumentarisches Geschichtel draus, sondern er konzentriert sich da wirklich auf die Opferseite. Also auf die Familienopferseite, auf die Seite von der Mary Gilberts. Das kommt alles total unterkühlt daher von den Kamerafarben und sehr, ja, kalt, also sehr, sehr Thriller-mäßig. Und das wäre durchaus sehr interessant. Wir haben auch eine ganz gewaltige Performance, wie ich finde, von der Amy Ryan in der Hauptrolle, die das wirklich super macht. Und auch die Thomasin McKenzie, die eine ihrer anderen zwei Töchter spielt, ist natürlich, der gehört jede einzelne Szene. Das braucht man, glaube ich, an der Stelle noch gar nicht mehr dazu sagen. Der Film basiert auf einem Sachbuch. Und zwar haben wir das Aussage geschrieben, das heißt Lost Girls and Unsolved American Mystery. 2013 erschienen und da sehen wir auch gleich schon, wo so ein bisschen das Problem ist. Bei dem Film, wenn man sich nämlich den Sachbuchtitel da daher nimmt, wo dann draufsteht, ein Unsolved American Mystery, ja, da kriegt man gleich den Spoiler fürs Ende. Und man kriegt den Spoiler vom Ende nicht nur aus dem Titel von diesem Buch, sondern den kriegt man gleich in der ersten Minute vom Film auch serviert. Weil gleich im Umfang dort steht, basierend auf einer wahren Begebenheit und nicht gelöst. Also das ist, natürlich steht das dem Film dann auch einfach ein bisschen im Weg, weil man, ja, natürlich kann man das als Schwäche auslegen. Deswegen, ich finde, das ist nicht immer so, ganz das große, muss nicht immer ganz ein großes Problem sein. Man kann das durchaus relativ backhand inszenieren. Siehe Zodiac, da weiß man ja auch, wie das ausgeht, zumindest wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Sieht man, dass das eigentlich nicht unbedingt ein großes Problem ist. Das große Problem bei dem Film ist tatsächlich das, dem geht nach der Hälfte die Luft aus. Und leider, der hat wirklich eine ganz starke erste Hälfte, wo total viel richtig gemacht wird. Und in der zweiten Hälfte glaubt das Drehbuch und glaubt der Regisseur näher mehr daran, dass da eine interessante Geschichte drinnen steckt. Beziehungsweise werden ganz viele interessante Handlungselemente ignoriert, durch belanglose Geschichten ersetzt. Und man hat so das Gefühl, er weiß nicht mehr so wirklich, wie er jetzt auf den Punkt kommen soll. Er kommt einfach nicht mehr dorthin, wo man eigentlich hingehört mit so einem Film. Wiederholt sich dann auch relativ oft. Es passieren dann ein paar Konversationen, zwei-, dreimal. Und wie gesagt, anstatt sich auf solche Themen wie, weiß ich nicht, Polizeikorruption oder wirklich die starken Themen in dem Film irgendwo zu fokussieren und das wirklich mitreißend zu erzählen, entscheidet sich dann der Film ab der Hälfte circa so ein bisschen in Sub-Opera-Territorium abzudriften, wo es dann sehr dramatisch wird und sehr persönlich wird und so. Was grundsätzlich ja fein ist, aber halt in so einem Film mit vergleichsweise relativ kurzer Laufzeit, ist es halt einfach das falsche Pferd, auf das da gesetzt worden ist. Jetzt generell ist es aber trotzdem, gerade wegen der ersten Hälfte, doch ein Film, den man sich durchaus mal anschauen kann, weil da schon sehr interessante Geschichten aufgemacht werden. Grundsätzlich ist aber Lost Girls, um gleich die Erwartungen so ein bisschen zu dämpfen jetzt an der Stelle, Lost Girls ist jetzt kein Film, an den man sich wahnsinnig lange erinnern wird. Das ist halt wieder, und leider Gottes muss ich das einfach in letzter Zeit immer wieder öfter sehen, habe mir eigentlich gedacht, das wird ein bisschen besser werden, aber leider ist Lost Girls wieder so ein typischer Netflix-Film. So einen Film hat man einfach schon 15.000 Mal gesehen, und das ist halt wieder Schablone und uninspiriert halt trotzdem irgendwo. Aber im Grunde ist es ein sehr ähnliches Outcome-Filmisch, wie letzte Woche, wie wir über Fractured gesprochen haben. Den Film gibt es zwar schon ein paar Mal, der da vor uns liegt, zwar jetzt natürlich nicht mit der ganz gleichen Thematik, ist schon klar, aber von der filmischen Umsetzung her hat man da es einfach schon anders und besser und 100.000 Mal gesehen. Dementsprechend ist das kein Film, der mir irgendwo hängen bleibt, wo ich aber trotzdem sage, wenn es da Leute gibt, die jetzt nicht unbedingt mit dem Genre so vertraut sind oder in der Art und Weise nicht so viele Filme anschauen, dann ist Lost Girls durchaus ein Blick wert und deswegen kriegt Lost Girls auch die gleiche Wertung wie Fractured letzte Woche von mir, nämlich 6 von 10 Punkten, weil ich tatsächlich finde, dass der, ja, der ist schon ordentlich gemacht und wartet auf jeden Fall mit zwei Performances auf, die wirklich spektakulär gut sind, also an der Stelle. Das muss man einfach einmal an der Stelle da lassen, das passt schon und somit tut der Film nicht weh, aber ist halt auch noch relativ schnell wieder vergessen. Also, Lost Girls, soweit meine Meinung. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass ihr auch heute wieder zugekehrt habt. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch und ciao.